hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von super mario bros wonder in der letzten folge haben wir dieses let's play angefangen und heute machen wir direkt weiter ich finde es eigentlich bis jetzt ein richtig geiles game es ist irgendwie hier sogar open world mäßig und die grafik ist auch mega geil und ich schwafle jetzt nicht so viel sondern die schwierigkeit zwei machen einfach weiter hier wir haben wir sehen könnt auch einen anderen charakter wir spielen mich heute mit luigi letzte folge mit mario und die nächste folge kommt dann ein anderer kann ich den irgendwie kann ich nicht okay das war knapp okay ja gut so geht es aber okay alles klar das ist das problem wenn man fast kein leben hat oder eigentlich gar keine leben wir haben ja nicht mal ein upgrade was wir uns kaufen können boah danke fürs weimachen jetzt das funktioniert so die erste star können von dem level haben wir hier geht es nicht rein okay ja diese sounds hier sind richtig geil okay wie du sagst ist der baum ja langweilig boah das war so knapp holy shit jetzt hätte ich fast die star können jetzt haben wir hier einen großen luigi what the fuck hier krieg ich die kaputt danke für die wunderblume danke danke für die wunderblume danke dafür what the fuck geht jetzt hier ab ach komm echt jetzt gut holy shit frei machen einmal danke nein jetzt haben wir die eine wunderding vergessen oder wir haben die einen wundersamen nicht hey das war jetzt ein secret exit hey what the fuck ja okay wir haben einen samen übersehen zwei haben wir übersehen okay jetzt fängt schon gut an hier dann gehen wir gleich nochmal ins level rein wenn wir zwei übersehen haben wo waren die denn bitte manche bäume wachsen oder strumpfen oder schrumpfen ja das habe ich schon gemerkt gut die star coins haben wir schon ich glaube einen haben wir nicht machen können weil wir echt zu schnell waren oder so okay okay alles klar what the hell jetzt halt wir sind dieses level das ist irgendwie nicht meins wie es gerade aufhört die wunderblume einmal anfassen und jetzt müssen wir die blase mal kriegen die blase so die blase ich brauch doch die blase jetzt verliere ich hier gerade leben weil ich absolut keine ahnung habe wie es hier geht gerade so dann spring mal da hoch kümmer dich um den block da oben und wir kümmern uns jetzt um die blume hier die fels gehen schon gut los hier kümmerich auf die rolle da ist das ich verstehe gerade nicht hä, die sind hier reingerannt? ja, jetzt bin ich komplett lost hier ja, den müssen wir befreien, aber wie? da, nichts Gott, Alter was ist hier los in diesem Game, jetzt schon? naja, dann müssen wir wohl erstmal weitermachen müssen wir zurückkommen hier Alter, jetzt hänge ich schon seit sieben Minuten in dem ersten Level rum Bro wie komme ich hier bitte weiter und wie kriege ich die anderen zwei Samen, das verstehe ich noch nicht ganz na, dann müssen wir irgendwann zurückkommen vielleicht brauchen wir ein Abzeichen auch das wir bis jetzt natürlich haben aber normalerweise kriegt man ja hinter einem Wunderblume was äh, das wiederholen wir irgendwann anders jetzt gucken wir uns mal an, was Schwierigkeitsstufe 2 zu bedeuten hat was mir eigentlich gerade aufgefallen ist wir haben keine keine wir können nicht mehr per Zeit sterben ok 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 haben wir es so auch geschafft können wir den losschicken hier gut jetzt haben wir hier 2, danke gut jetzt müssen wir halt gucken ähm naja gut, jetzt müssen wir nur noch die Wunderblume vor diesem Level finden jetzt haben wir erstmal hier wieder ein Level gut was sich gerade aufgefällt wenn man den, äh einen Stick benutzt den zu bewegen und nach unten geht dann dann kann man auch eine Stammvattacke in der Luft machen sorry jetzt hatte ich gerade einen Hänger was sollst du mal das hier aber wir haben noch nicht alle wir haben die Wunderblume von diesem Level noch nicht so ein friedlicher Tag so so das sind nur Münzen hier da komme ich nicht rein Alter es sind so viele Fake-Röhren hier aber ich habe trotzdem ein ich übersehe gerade alles, oder? Gott im Himmel wir haben ja schon wieder die Wunderblume übersehen hä? das fängt ja gut an hier okay, das fängt ja wunderbar an in diesem Level hier wenn Welt 1 schon so ist und ich hier sehe nichts dann weiß ich echt nicht, was hier abgeht, ne? Schnaubspause, Wundermarkenmusik soll mir 100 Münzen und du hältst ein gut gut so hier aha ja, perfekt wundersam erhalten das sind so das sind so kleine Welten anscheinend ok, da haben wir alles jetzt machen wir auch mal gleich das Verschnaubspause dann kümmern wir uns da rum und gucken uns dann nochmal die Welten an die wir gerade gemacht haben oder ich habe absolut keine Ahnung immer geradeaus ok, das ist ja relativ einfach gewesen also wenn ich nicht schnell genug gewesen wäre dann wäre es unten weggebracht, äh, weggegangen und ich wäre mit einem Ding wieder nach hinten gefahren ok oh, du hast also einige Wundersamen gesammelt die können uns bestimmt noch nützlich sein gehen wir doch mal zu der Stelle wo sich die gesamten, äh, diese gewundene Pflanze befindet nee, noch nicht willkommen in diesem Laden blüht jeder Kunde auf wir verkaufen alles mögliche bezahlt wird mit Blumenmünzen ja, dann können wir hier einen Wundersamen holen Belohnungsmünze Stärkungsabzeichen, ok holen wir uns erstmal den Wundersamen dann den Aufsteller von wem? Luigi geduckt Toad geduckt wie viele können wir uns denn kaufen? Eber Yoshi Zunge äh, holen wir uns das Stärkungsabzeichen und holen wir uns die ganzen One-Ups hier so, haben wir uns Mopsy geduckt ok wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? ja, bitte wir sind jetzt eher das nee, machen wir das komm gerne jederzeit wieder danke jetzt muss ich nur gucken wie ich hier die ganzen Samen kriege das verstehe ich nicht Schwierigkeit 1 und ich sehe gar nichts in diesem Level, ne? ich soll vielleicht die Fähigkeit mehr einsetzen gut diese Lidermensen brauchen wir für den Shop wieso kann ich hier nicht ran? solche Hochgams wegen einer Ding, ja gut komm ich hier irgendwie in die Richtung darüber gehen alle in den Abgrund runter oder respawn einfach wer kennt's nicht so okay Feuerblumen ist hier drin okay, gut zu wissen was ist das für eine Wand hier? ich verstehe glaube ich zumindest ich brauche hier einen Typen, glaube ich oder? oder? was ist hier? ich weiß halt echt nicht die Wunderblume gibt es eigentlich immer so in Abzeilen bleib mal mal vorne dran so bleiben wir einfach mal vorne dran aha das ist also das normale Ziel was weggerannt wird von denen dann haben wir hier einen Samen ich verstehe dann müssen wir nochmal das Level machen jetzt habe ich verstanden ich darf den Wunder ich darf die Wunderblume hier nicht sammeln dann hat das schon mal verstanden was hier gemacht werden muss okay okay okay, die Wunderblume nicht sammeln weil sonst kriege ich gar nichts zumindest die zweite Blume nicht schon, gehen wir nochmal rein und dann probieren wir das andere Level nochmal weil dann möchte ich jetzt auch wissen wo ist das erste Ding? so so die Wunderblume einfach ignorieren Wunderblume ignorieren so wir sind durch hier die ihn ignorieren ignorieren gut wir haben hier einmal die Blase und kriegen wir hier unsere Feuerblume zurück alter dieser Part irgendwie ich finde das Game richtig geil der macht Sport da oben ach, die machen Sport mit uns so gesagt in die andere Richtung müssen wir rein mein Freund wir müssen nochmal in die andere Richtung bist du jetzt wieder da? ja jetzt dürfen wir nicht sterben also müssen wir den hier einsetzen ich kann es aber trotzdem nicht so kaputt machen okay so jetzt müssen wir die Kappe benutzen und schauen, dass wir jetzt auf dem Ziel landen meine Freunde ja wunderbar perfekt okay die Wunderblume hat also das verhindert hier gut zu wissen so dann sind wir zwar nur auf zwei Level gegangen aber haben zwei Verschnaufspausen gehabt und hier alles sammeln können alter das ist ja nicht das ist ja krank so wo kriege ich hier das Ding her? alte Bege drückt während du auf dem Gegner landst um hoch in die Lüfte zu springen so so ich glaube ich muss alle mitnehmen so das darf nicht in die Richtung genau in die Richtung musst du so so gut okay das war einfach nur für die Blume okay können wir mitnehmen gut gut in die Richtung einmal umdrehen so gut wir müssen noch einmal nach oben da war eine Starcoin ja hallo danke gut da komme ich nicht rein gut das erste Ding gut da komme ich nicht rein gut okay okay was kriege ich hier? das Item hier okay äh ich muss es mal wieder spawnen lassen hier Gott ey ich will das spawnen lassen Gott hier ja ich sehe schon gerade was ich machen muss ne Moment doch nicht okay okay jetzt haben wir das hier ja wir haben den wundersam erhalten danke game danke aber wir haben hier schon die goldene flagge also passt perfekt wir haben jetzt alles nachholt okay und tatsächlich nimmt sie diese Screenshots aus dem Level raus zufällig alles klar gut dann würde ich sagen ich bende die Folge hier vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir uns an was hier passiert ciao euer Gladius